Seid herzliches gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern. Zeitspiel Forge. Ich habe es gerade in 6 Minuten 37 Sekunden geschafft. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. 8 Minuten brauchen wir für Bronze und das ergibt dann schon, Bronze reicht für die Rungenschaft. Und ich versuche es jetzt noch mal. Vielleicht kriege ich es jetzt noch mal hin. Hoffe ich mal. Also ich habe es quasi locker. Also 6, 37 und statt 8. Jetzt probieren wir es noch mal. Vielleicht kriege ich es noch mal hin. Ja gut, also, ja. 3, 2, 1, 0. Ich sag jetzt mal den. Kurze Pause. Ist das so laut? Entschuldige, ja. Ist so laut hier. Man kann da oben über den Balken springen, bringt 2, 3 Sekunden. Sollte aber reichen. 6, 37, das sollte reichen. Also dann hebe es hinten. Ist gar. Ist gar. Entschuldige, ich muss ja gut. So, stecken es auch jetzt rein. Schnell. Schnell Freile basteln. Hm. Cool. Ah, nee. Ich habe ja. Oh, oh. Ich habe es so gleich schon wieder. Gleich loslassen. Hm. Ja. Hier kann man gleich loslassen. Hm. Schnelle basteln. Ne geht los, was. Äh. Ah. Ah. Ah, nee. Ah, komm. Aber ich sehe schon. Vergeide ich ich sie schon wieder. Sag mal. So, jetzt aber. Hö, hö, höh, höh, schluch, reinhaken, hm, ja, rechts oben ins Kamerascha, ja, geh rauf, Mensch. So, nächster, ist, ne, Punkt, stopp, ja. Warum da rechts so eine Falle ist, weiß keiner, gell, warum ist denn da rechts so eine Staffelfalle? Jetzt wird's kompliziert, Falle basteln, rein da, jetzt ist, also wir müssen erstmal zwei Etagen drauf, also, erstmal innen den Schalter ziehen, erstmal innen den Schalter warten, hier müssen wir warten. So, jetzt Feuer rein, jetzt Feuer rein und jetzt gleich hier rüber, wir brauchen den Schalter, den zweiten Schalter, den da. So, jetzt müssen wir wieder zurück und dasselbe, jetzt geht der, jetzt müssen wir nochmal zurück und dasselbe nochmal machen. So, ja, weil jetzt da eine Gas, jetzt schnell da rüber und jetzt den Eingang finden. Da ist der Eingang, geh rein, jetzt dieselbe nochmal, allerdings zweimal, jetzt warte. So, jetzt einmal, ein Gas, jetzt rüber, jetzt zwei Gas, komm her, zwei Gas, komm her, zwei Gas. So, jetzt müssen wir eins weiter sein. So, und jetzt müssen wir, müssen wir jetzt hin, jetzt weiß ich es wieder nicht. So, jetzt, also jetzt, also jetzt, also jetzt, jetzt müssen wir quasi wieder zweit, also erst, hoppla, erst einmal, so, den da, oder? So, äh, schnell, und jetzt müssen wir da rüber, oder? Da rüber, hier zum nächsten Schalter, warte, da, da, so, jetzt haben wir wieder zwei Schalter. Jetzt müssen wir wieder zurück und nochmal machen, oder? Und das wird schon wieder ein bisschen haftig. Warte, da hin, so, jetzt, Vorsicht, da ist der Eingang. So, jetzt haben wir wieder zwei, zwei Gase, oder? So, jetzt den Gas, hoffentlich, glaube ich noch. So, und jetzt wird es wieder haftig, jetzt warte, müssen wir zum nächsten. Dem da, dem da, dem da, dem da, dem da. Dem, komm her. Jetzt, jetzt müssen wir wieder fest sein, oder? Und jetzt weiß ich es nicht mehr. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Es muss eine Möglichkeit geben, diesen Weg zu errichten. Und jetzt weiß ich es, warte nicht. Es stimmt, die Blätter. Ah, jetzt warte nicht. Den, den Linken und den Mittleren. Ah, nee, hab ich es wieder vergeilt. Und jetzt schnell rüber. Nee. Aber, warte, da rein. Und jetzt weiß ich es wieder nicht mehr. Es dürfte der richtige Weg sein. Das ist ja, ich hab ich gerade nicht mehr. Jetzt haben wir einen Schalter wieder. Jetzt warte, da ist ein Schalter. Und jetzt, ich weiß es nicht mehr. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Oh, warte. Oh, warte. Jetzt haben wir hier einen Gart. Der Schalter ist geschaltet. Jetzt haben wir hier einen Gart. So, jetzt warte. Ah, ja, da ist das Ding. Jetzt müssen wir den, warte. Den. Und rüber, oder? Und den, oder? Und jetzt wieder ein zweites Ding. Ah, warte. Der macht aber einen komischen Sound. Und jetzt müssen wir wieder rein. Nee. Jetzt müssen wir wieder. Ich muss einen Weg zu dem Schalter finden. Ich muss einen Weg zum Schalter finden. Scharte. Ah, nee. Was ist denn der? Jetzt müssen wir über das Pendel. Warte, diesen Schalter. Genau, jetzt brauchen wir das Dreckspendel. Da unten. Scharte. Dreckspendel. Jetzt müssen wir runter zu dem Drecks. Entschuldigung. Ich bin leicht. Jetzt müssen wir über das Pendel. Pendelus. Ja. Ein Pendelus. Ab die Maus. Und rauf den Kuhkäse. Hier könnte ich rüberkommen. Hier könnte ich rüberkommen. Jetzt schalter, schalter. 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 Jetzt geht der. Jetzt weiß ich es wieder nicht mehr. Jetzt weiß ich es wieder nicht mehr. Jetzt warte. Äh. Warte. Oh, jetzt müssen wir, jetzt geht das Gas. Jetzt rüber, oder? Jetzt schalter ziehen. Noch eine Drehung müsste die Platte anheben. Noch eine Drehung müsste die Platte anheben. Jetzt haben wir es. Jetzt weiß ich es auch. Jetzt müssen wir nur noch den Schalter und nur noch einmal schießen. Wenn ich ihn weggehe. Noch eine Drehung müsste die Platte anheben bringen. Schalter. Und jetzt sind wir da. Oder? 6.16. Hey, neue Bestzeit. Wir sind, ich bin, komm rüber. Schnell, 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 schnell. Ich bin, neue Bestzeit. Für mich, für mich, für mich. 6.37. Oh. Warte, warte. Geh rein, geh rein, geh rein. 6.30. 6.31. Oh, nee. Schau her. Ich hab's. Hallo. Ohne Cheat, ohne Trainer, ohne alles. 6. Neue Bestzeit. 6.32. Hallo. Schau her. Ja, jetzt ist die Errungenschaft schon weg. Also die ist vorhin schon aufgeploppt. Also Freunde, ich hab's bewiesen. Selbst Anfänger, blind, halb, blind, halb, taub. Kann nicht mehr gehen, alles. Aber ohne Trainer, ohne Trainer, ohne Cheat, ohne und auch neue Bestzeit. Schau her. Für mich, für mich persönlich jetzt. 6.32 und 8 Minuten hätten wir gebraucht und so. Und jetzt mag ich nicht mehr. Ist das ein fantastisches Video. Ich kann nicht mehr. Okay, herzlichen Dank fürs Zuschauen und Tschüss, bis zum nächsten Mal.